Verloren gefunden Thorsten hat uns eben schon so einen kleinen Einblick da in sein Verlieren und Wiederfinden gegeben Im Theologiestudium mussten wir unter anderem die Gliederung für alle Bibelbücher auswendig lernen Als ich das zum ersten Mal erfahren hatte, dachte ich mir Oh wirklich? Ich bin doch so schlecht im Auswendiglernen Aber ich denke einige Schlüsselverse so zu kennen, die so im Hinterkopf zu haben Und so sagen zu können, wenn dich jemand mal was fragt, das ist was voll Gutes Und man muss jetzt nicht jeden Vers der Bibel auswendig können, denke ich Aber mal so ungefähr wissen, wo alles so ungefähr steht, das ist ganz hilfreich So bei Bibelfersen möchte ich nochmal meine Beula erinnern Erinnert ihr euch noch vor vier Wochen? Johannes 15 Vers 5 Wir haben jetzt keine hier, aber doch zwei Aber wenn ihr euch nochmal daran erinnert Anja hat uns den aufgegeben Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben Wer in mir bleibt und ich in ihm Der wird viel Frucht bringen Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun Ich bin da so ein bisschen, merkt schon, ich muss ein bisschen ablesen Also ich habe da echt Schwierigkeiten mit Doch das Lernen der Gliederungen, das fand ich irgendwie besonders hilfreich Und eine der Gliederungen, die ist mir besonders toll hängen geblieben Wir sind so Wege gegangen, so Lernwege gegangen Und der ging durch unseren Keller durch Und da gab es so einen Mülleimer und noch zwei andere Sachen Die Gegenstände habe ich vergessen Aber da waren die drei Gleichnisse Der verlorenen Dinge Das verlorene Schaf, der verlorene Groschen Und der verlorene Sohn Ich weiß, ein Sohn ist kein Ding Aber so haben wir uns das halt gemerkt Ich wollte eigentlich noch einen Sketch vorführen Aber apropos verloren, ich bin ein bisschen verpeilt Und habe meine Bibel zu Hause vergessen Also machen wir das jetzt mal ohne einen Sketch Ich denke, wir kennen alles, irgendwie so Sachen zu verlieren Ich habe das leider viel zu häufig, dass ich mal was verliere Die Linda und ihre Familie und meine Familie Und alle, die ein bisschen länger, glaube ich, mit mir Zeit verbracht haben Werden das wissen Ich verliere gern mal was Und ich suche dann auch mal gerne eine Weile danach Und manchmal zieht sich das auch echt schon hin Also so mein Portemonnaie ist zum Beispiel so Der Hauptkandidat Lege ich es einmal an einen anderen Ort, wo ich es nicht normalerweise hinlege Ist es gefühlt verschwunden Von Erdboden verschluckt Und das macht einen dann schon ein bisschen Sorgen Das ist nicht in der Hosentasche Nicht vorne beim Schlüsselkästchen Da sollte es doch sein Wo habe ich nicht als erstes hingegangen Aber warte, ich musste aufs Klo ganz dringend Da ist es, bei den Handtüchern Manchmal geht das in zwei Minuten Und je nachdem, wie der geistige Zustand ist Dauert das halt auch mal eine halbe Stunde Und man kommt ein bisschen später, wo man eigentlich hin wollte Kennt ihr solche Situationen? Ich kenne sie nur zu gut Und wenn ihr sie nicht kennt Dann fühlt euch das vielleicht da mal so in einen Suchenden rein Der was verloren hat Ich habe schon viele Ratschläge gehört Ja, Jonathan Denk dich noch mal zurück In die letzten Stunden, in die letzten Tage Und ich muss sagen Das war manchmal sehr hilfreich Und manchmal hat es auch gar nichts gebracht Und ich habe es per Zufall gefunden Oder durch einen Schubser von Gott Ich möchte uns gern ein paar Bibeltexte vorlesen Heute sind es ein paar mehr als sonst Es sind drei Gleichnisse Und ich denke, es macht sehr Sinn Dass wir uns sie alle drei zusammen anschauen Denn die passen gut zusammen Und Jesus hat sie auch seinen Zuhörern gemeinsam erzählt Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer Und andere Leute mit schlechtem Ruf In der Nähe von Jesus auf Auch sie wollten ihn hören Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer waren darüber empört Der nimmt Sünder auf Sagten sie Und ist sogar mit ihnen Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis Wenn jemand von euch 100 Schafe hat Der Sünder, der zu Gott umkehrt Ist größer als über 99 Gerechte Die es nicht nötig haben umzukehren Entschuldigung, ich habe den Text, ich gesagt Kapitel 15 im Lukas Evangelium Von der Neuevangelischen Übersetzung Wenn jemand von euch 100 Schafe hat Und eins davon sich verirrt Lässt er dann nicht die 99 in der Steppe Weiter grasen und geht dem Verlorenen nach Bis er es findet Es gibt ein paar Übersetzungen, die sagen da auch Wüste zu Wir haben häufig irgendwie so ein idyllisches Bild vom Hirten Also Jesus, der gute Hirte Er weidet mich auf der grünen Aue Er führt mich zum frischen Wasser Das ist irgendwie so charmant Ja, der ist da mit seinen Schäflein Und der schaut über die wunderschöne Natur Das ist voll der harte Job Ich habe gestern einen Artikel gelesen Über einen Hirten heute Der sich wahnsinnig beschwert hat darüber Also die Bibel, die stellt das ja vollkommen falsch dar Das ist ja gar nicht so einfach Ich glaube, der hat dann nicht alle Stellen gelesen Denn ab und zu wird es glaube ich auch Nicht so einfach dargestellt Aber es ist wirklich kein simpler Job Vor allem früher nicht Du warst da teilweise alleine Mit 100 Schafen Vielleicht seid ihr da so zweit Ja, und du hast dann keinen Schäferhund Der da mit aufpasst Du musst dann wie David Vielleicht erinnert ihr euch an David Und Goliath die Geschichte Und David war ja vorher ein Hirte auch Der ist mit seiner Steinschleuder durch die Gegend gezogen Und hat Löwen vertrieben Das finde ich schon krass Und auch die Menschen Die Menschen, die als erstes Jesus in der Krippe gesehen haben Das waren auch Hirten Die waren da zu dritt unterwegs Und haben sich dann dort versammelt Und waren bei Jesus Irgendwie Hirten haben so eine besondere Rolle in der Bibel Die sind so ein bisschen die Außenseiter Die sind harte Arbeiter Sind jetzt nicht auf dem Feld unterwegs Aber auf der Weide Und das ist echt nicht einfach Noch früher Die Abraham, Jakob und die Konsorten Die waren ja auch so ein Nomadenvolk Die sind unterwegs gewesen Und die mussten von einem Weidefläche zur nächsten reisen Und ich bin mir nicht sicher Wie es denen ging Aber ich weiß nicht Ob ich bei 100 Schafen Dann einem hinterherrennen würde Also das wirkt mir doch ein bisschen unnötig Ein Prozent verloren von 100 Das ist doch noch ein Verschleiß Den man irgendwie gut Ja, wo man gut mit umgehen kann Aber dem Hirten war das wichtig Denn Jedes einzelne Schaf ist wertvoll Jedes einzelne von diesen Schafen Von den 100 Schafen Ist sehr wertvoll Und wenn ich mir dann nochmal vorstelle Hey, der geht dann raus Und lässt dann 99 zurück Also Ich weiß nicht, ob da noch ein anderer Hirte war Ich kann mir das nicht vorstellen Ich könnte mir vorstellen Vielleicht war da noch ein anderer Kollege Von ihm unterwegs Aber der hat ja auch seine 100 Schafe Dann passt der jetzt auf 199 auf Und die Gefahr, dass da was passiert Okay, es ist eine große Herde Da kommt vielleicht nicht ein Raubtier Aber Ich denke, es besteht trotzdem eine Gefahr Dass er dann andere Schafe verlieren könnte Nee, aber ihm ist das eine Verlorene wichtig Und geht auf das zu Ich denke, Gott ist auch jedes einzelne Schäfchen wichtig Er freut sich Natürlich irgendwie mehr darüber Dass das verlorene Schaf wiedergekommen ist Weil Die 99 ja die ganze Zeit bei ihm waren Ich will den Gedanken gleich noch weiterspüren Lese einfach noch ein bisschen weiter Das nächste Gleichnis Oder wenn eine Frau Zehn Drachmen hat Und eine davon verliert Zündet sie dann nicht Eine Lampe an Fegt das ganze Haus Und sucht in allen Ecken Bis sie die Münze findet Und wenn sie sie dann gefunden hat Ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen Und sagt zu ihnen Freut euch mit mir Ich habe die verlorenen Drachmen wiedergefunden Ich sage euch Genauso freuen sich die Engel Gottes Über einen Sünder Der umkehrt zu Gott Drachmen In manchen Übersetzungen Wird es auch als der Silbergroschen dargestellt Das war so ein Tageslohn Von einem normalen Arbeiter Also ein Tageslohn Ich habe das mal hochgerechnet Wenn wir jetzt mal vom Von Deutschland ist ein ziemlich reiches Land Aber wir übertragen das einfach mal Wenn wir jetzt mal den neun Stunden Mindestlohn Neun Euro Mindestlohn ungefähr Das ist glaube ich ein bisschen mehr Oder ein bisschen weniger Das rechnen wir mal einfach mit neun Euro Acht Stunden am Tag Das sind so 72 Euro am Tag So Und die Frau hatte dann Zehn Tageslöhne gespart Das war ihr gesamtes Gespartes Also 27 Euro Und wenn du 27 Euro hast Und davon 72 verlierst Das ist schon Glaube ich ein Einschnitt Ich lasse mir auch nochmal mit Ich glaube mit Zahlen Mit hunderter Zahlen Also wenn ich 100 Euro erspartes habe Und ich glaube die Studenten Die werden das vielleicht kennen Die Situation Irgendwie deutlich mehr Monate Am Ende des Geldes So ich habe 100 Euro Und zehn davon verliere ich Das ist ja ein ganzes Mittagessen Oder sogar zwei, drei Je nachdem was ich vorhabe Also das ist ja ein Tag Zwei Tage weniger Essen Also das ist schon kritisch Und die Frau durchsucht Jeden einzelnen Zentimeter Ihres Hauses Ihr müsst euch vorstellen Das war ja nicht So eine drei Zimmer Vier Zimmer Wohnung Es war ein großer Raum Und wahrscheinlich gab es auch Nicht viele Schränke oder so Sondern da war alles irgendwie Auf dem Boden am Stehen Mit Gefäßen In Tongefäßen Aufbewahrten In Säcken Und die hat alles durchsucht Alles kreuz und quer Bis sie es gefunden hat Und die hat Eine kleine Party geschmissen Für dieses Silberstückchen da Das gesamte Geld Hat konstant Denselben Wert Jeder dieser Drugmen Oder wie es heißt Ist immer Immer ein Tageslohn Das Geld Verändert jetzt nicht Seinen Wert Nur dadurch Dass es verloren Gegangen ist Und die Gebliebenen Die verändern auch Nicht ihren Wert Auch wenn Die Frau sich gerade Über das Wiedergefundene Mehr freut Ich denke So ist es auch mit uns Wir verlieren auch Nicht unseren Wert Wenn wir jetzt Lange mit Jesus Unterwegs sind Oder Jesus Noch nicht kennen Und wir verlieren Wir haben Für Gott immer Denselben Wert Wir sind Wir sind Alle ihm Sehr sehr wichtig Ich denke Das sollten wir uns Behalten Aus Aus diesem Gleichnis Das ist mir Besonders dort Hervorgekommen Und das letzte Gleichnis Jesus Deine Anordnung widersetzt. Aber mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt der da zurück, dein Sohn, der dein Geld mit Freunden, mit Huren durchgebracht hat. Und du schlachtest ihm gleich das Maskalb. Aber Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekommen. Er war verloren und ist nun wiedergefunden worden. Ist viel Text, ich weiß. Aber ich denke, wir sollten die drei Geschichten komplett hören, um ein ganzes Bild zu haben. Wenn wir eins unserer Kinder verlieren, dann setzen wir alles daran, das verlorene Kind zu finden. Ich weiß nicht, wie viele von euch Kinder haben. Ich habe selbst keine, aber ich habe meine Mom erlebt, wie wir mal verloren waren. Ist jetzt nicht so schlimm. Mama, ist alles okay. Du schaust zu, ich weiß, aber ist okay. Das ist halt einfach passiert. Alle drei waren mal verloren. Ich glaube, die Geschichte mit meiner Schwester, die war für uns alle so am schockierendsten. Wir waren in Berlin und mit der Familie aus Brasilien unterwegs und die Cousine war mit meiner Schwester unterwegs und irgendwie ist sie verloren gegangen und die dachten, die Becky wäre bei uns, meiner Mom und meinem Dad und wir dachten, die wäre bei ihr und den beiden und plötzlich war sie weg. Das, also, wir waren alle perplex. Mein Bruder und ich, wir waren auch sofort dran und haben mitgesucht. Und ich glaube, wir waren in dem Moment unserer Mom wirklich, also jetzt nicht egal, aber da gab es eine andere Priorität. Also da war gerade das verlorene Kind weg, in einer fremden Stadt, in Gefahr. Und aus der Perspektive finde ich den Vater da in der Geschichte voll verständlich. Hey, ja und natürlich schmeiße ich dann eine Party, wenn das wieder da ist und wir haben Becky umarmt und wir haben uns so gefreut und wir waren so richtig happy, dass sie wieder da war. Die ganze Schock und die ganze Angst darum, was mit ihr gescheht, war wie weggeblasen. Alle haben vergessen, was vorher los war und mit gesammelter Kraft meine Schwester gesucht. Ich denke, all diese drei Gleichnisse beschreiben dasselbe, nur aus einer anderen Perspektive. Wir haben immer etwas, was verloren geht oder verloren war und wieder gefunden wird. Gott sucht nach Verlorenen. Gott soll in diesem letzten Gleichnis soll der Vater sein. Das ist Gott, der uns sucht, der dich sucht, der unterwegs ist, um dich wiederzufinden, um dich, sein Kind, wiederzubekommen in seiner Familie. Du bist wertvoll und geliebt. Du bist wertvoll und geliebt. Du hast immer denselben Wert. Du bist immer gleich besonders wertvoll geliebt. Wie der Silbergroschen. Verlierst du niemals deinen Wert, ob du jetzt schon Jahrzehnte mit Jesus unterwegs bist oder ob du gerade erkannt hast, hey, okay, vielleicht ist da was dann. und du verlierst auch nicht deinen Wert im Vergleich zu anderen. Hey, das waren 100 Schafe, ja, 100 Schafe und dem Mann war das eine Schaf wichtig. Ich finde das so schön, die drei Gleichnisse, die steigen immer so ab. Erst sind es 100 Schafe, dann sind es 10 Dracken und dann sind es 2 Brüder. Und ob 99, 90 oder 50 Prozent fehlen und wenn wir jetzt mal uns die Welt vorstellen, wie viele Leute noch nicht Jesus kennen und jeder einzelne von denen ist Gott wichtig. Aber wir, die mit Jesus schon unterwegs sind, wir verlieren da nicht unseren Wert. Einige sind vielleicht schon Eltern, wenn ihr dann euer Kind da in der Hand gehalten habt, im Arm gehalten habt, als es geboren wurde, würdet ihr nicht alles dafür geben? Würde man nicht alles dafür geben, dass dieses Kind, was zu einem gehört, dass es bei einem bleibt? Und wenn es verloren geht, würden wir da nicht erst recht danach suchen gehen? Beim Verlorenen und Gefundenen, da dreht sich darum, hey, hast du Jesus schon gefunden? Hast du deinen Platz in seinem Herzen schon gefunden? Und ich glaube, es ist als eine Gemeinde und als Christen, ist es unsere Aufgabe, dass wir den Verlorenen helfen, Jesus zu finden. Dass es ein zentraler Punkt in unserem Glauben ist, dass wir das teilen, was wir erlebt haben. dass wir Gebet anbieten in schweren Zeiten, dass wir für unsere Freunde beten, dass wir für unsere Familie beten. Lasst uns, ja, Gottes Wort, was wir da lesen in der Bibel, lasst uns das zu den Menschen bringen. Mein Papa ist nicht mit Jesus unterwegs. Und das ist so auch etwas, was mich sehr bewegt, weil es ja meine Familie ist, weil er ein Teil von meiner Familie ist und da ist es mir irgendwie besonders wichtig zu sagen, hey Papa, Jesus liebt dich und er sucht dich. Papa war schon mal irgendwann mit Jesus unterwegs und er hat ihn verloren. Und er war schon mal bei ihm und er hat den Weg verloren und irgendwie eine Abwiegung genommen, wo er in eine andere Richtung unterwegs ist. und ich glaube gerade dann, dann hat Gott eine Sehnsucht danach, ihn zu finden. Es gibt so ein altes portugiesisches Lied, ich weiß nicht, ob das wirklich so alt ist, aber für mich ist es alt, ich habe es als Kind immer mitgesungen. Wir hatten so einen brasilianisch-deutschen Hauskreis und da ist der Refrain, der sagt so aus, hey, wenn Jesus an deiner Tür klopft, dann mach ihm die Tür auf. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild. Jesus Christus, der ist auf die Welt gekommen und für unsere Sünden gestorben und er möchte einen Platz in deinem Herzen haben, er möchte dein ganzes Leben durchziehen, er möchte Teil von deinem Leben werden. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr, wenn ihr noch nicht gefunden worden seid, dass ihr euer Herz öffnet, dass ihr dann so einen Platz macht, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, ich habe die festeste Mauer, die festeste Burg um mein Herz gebaut, da kommt niemand dran, niemand sieht da drinnen, der Herr Jesus hat da ein Türchen. Wenn der anklopft, dann mache ich ihm die Tür auf. Und wenn wir jemanden kennen, der verloren ist, da möchte ich euch Mut machen, geht zu ihm hin und erzählt ihm von Jesus, überwindet da eure Ängste vor Menschenscheu oder das Falsche zu sagen, betet und geht hin und redet mit denen und Gott macht den Rest und Gott stupst uns in die richtige Richtung und gibt uns die richtigen Worte. Bist du verloren oder bist du schon gefunden? Gott liebt dich und er will mit dir ein Leben führen. Gemeinsam Jesus als der Lenker deines Lebens, als der, der dich vielleicht auch mal zu diesen grünen Auen führt, die ich kurz erwähnt habe und an die tollen Orte führt, wo du merken kannst, ja, das hat Gott mit mir vorgehabt und das war sein Plan für mein Leben. Amen.